Ja, und damit willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir hatten ja in der letzten Episode die kleine, nette Konversation mit ihm da unten. Und Hugo ist da oben. Und wir gehen da mal zu ihm. Ah, ist wieder wunderschön hier. Bist du da? Oh, holy shit. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenn da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Laguna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Aber ich glaube, wir werden noch richtig viel Spaß mit ihm haben. Und sorry, da muss ich noch mal ein Foto machen. Das sieht geil aus hier. Ich würde sagen, irgendwie so. So, komm. Nice. Okay, runter geht's. Oh mein Gott. Wie sogar Abdrücke. Cool. Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst. Aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff. An-griff! Aha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyen. Oh. Wir sind aus Guyen. Schade drum. Ja, was? Hey! Hast du meinen Angriff gesehen? Ja. Die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, gar kein Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Das ist wieder was mit Ratten hier, weil hier der Fisch da so hängt. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Uh. Haben wir hier ein Secret? Kommst du auch mit? Ja, komm. Geste. Hätte ich doch fast übersehen. Hey, komm. Lass mich da hin. Geste. Geste. Habe ich jetzt einmal Glück und finde Werkzeug. Warum kann ich hier hoch? Was ist das? Sicher von einem Seevogel? Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Okay, ich glaube mehr... Kann man hier nicht machen. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Ja. Und da war schon mal ein Bütchen. Was passiert, wenn ich dich runterschmeiß? Ich habe ein bisschen Angst. Warum leuchten die? Okay. Hm. Hm. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Sag, wenn du bereit bist. Gut. Weiter so. Arno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Ich habe mich verwischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt, jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Okay. Sei vorsichtig, ja? Ach, shit. Oh, shit. Das weiß ich auch nicht so genau. Psst. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Hahaha. Verfressende Biester. Nichts für ungut Kurzer. Ja, und jetzt? Gut. Hä? Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Aber da geht es jetzt auch nicht weiter. Äh? Ich würde da vielleicht irgendwo E drücken. Das Seil hat ein... Achso, nee. Das ist irgendwie das Metallteil da. Boah, die Ratten sind jetzt alle da hinten. Ähm. Das war es auch nicht. Ich kann mit dem... Nichts machen. Das ist mit mir jetzt auch gleich irgendwie hin. Ich will da unten eigentlich auch nicht rein. Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Hm. Nee, das sind alle da hinten. Genauso wie es sein soll. Ich meine, ich kann die allerhöchstens da mal... Ja gut, das bringt nichts. Ich habe keinen Tropf mehr. Der eine Fisch, der leuchtet halt da noch irgendwie. Da mit dem Feuer einmal reingehe. Hat nichts gebracht. Was willst du von mir, dass ich das tue? Mit dem Boot geht es... Nicht weiter. Hier unten ist ja auch nichts Interessantes. Äh... Was ist mit der Schleuder im Normal-Modus? Hm. Ich bin wirklich überfragt. Hier kann es kein E-Mail. Er macht auch nichts. Die Ratten wären eigentlich hinten. Da kann man auch nicht weiter was machen. So ein Scheiß. Hier ist ja auch nichts mehr. Irgendwas aus dem Haus noch. Nee. Spiel, was willst du von mir? Hoffentlich kann ich da höchstens herwerfen. Und jetzt das hier machen. Die bleiben halt schön da. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ja, ist ja gut. Ähm. Okay. Ähm. Kein Plan. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich komme gleich wieder. Ich gehe mal kurz hier ins Menü. Und mache mal schnell Pause. Da bin ich wieder. Und ich weiß, was zu tun ist. Und es ist ein bisschen schräg. Also mit dem Boot geht es hier nicht weiter, wie ich dachte. Sondern wir müssen da in die Höhle rein. Und da gibt es dann wohl bald Action. Hier geht es zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ähm. Ja. Also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott. Das gefällt mir nicht. Kletter hoch. Alles klar. Aber der ist wirklich ein bisschen missverstanden. Ich dachte nämlich wirklich, wir fahren da mit dem Boot jetzt erstmal weg. Oh, Pfeil. Nice. Oh, oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer. Die Geräuschentier. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. WhatsApp. Ähm. Ich hab keinen Topf. Kann ich da das hier vielleicht ein bisschen anzünden? Pinguistair werfen. So, irgendwie da hin. Ähm, nein. Moment mal. Ähm. Feuerpfeil. Okay. Kann ich mit E wieder nehmen? Oh, no, 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 no. Oh, stimmt ja. Ich kann ja diesen Notfall-Trick machen. Schnell, hoch, sicher. Okay. Hoch, jetzt. Wir haben... Hat nochmal... Oh, was läuft denn hier drüben? Ah, wir müssen jetzt eigentlich fast zweimal gehen. Einerseits will ich da nach... Einerseits will ich da nach... Uh... Ich fast übersehen. Ich nehme natürlich mit. Ja, das ist aber nur Alkohol. Ey, greift mich ja nicht an. Einmal Landzünden. Bleibt nah bei mir. Wir gehen. Ich, äh, vertrau dir mal. Hey, nicht so fest. Damit lauf ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr... Das ist aber nett von mir. Okay. Ah, ich glaube, die haben schon ihre Fans. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hierbleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Oh, sehr gut. Den können wir gerade anzünden. Und nun fahren wir mit dem mal durch. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das... Aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Ihr seid also aus Guinea. Da hat alles angefangen. Wir... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Nakuna. Wir heilen dich. Das ist Illse. Himmel. Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Ähm. Geht es jetzt hier nicht weiter? Okay, nee. Aber wir müssen... Ah, da unten hat es eine Pfeilaktion. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Oh, bitte brüch jetzt nicht nach unten. Bitte nicht. Oh, wer ist denn da? Was? Ähm... Oh! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze. Und ihr mich angreiftet wie in Sonntagsbran. Ugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Haha. Ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Was? Warum verwerten? Ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Episangrace. Du hast recht. Das ist wo? Da ist es wieder. Ah, no! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Ja, dann. Wirf drauf. Ich bin bereit. Perfekt. Aber so hilft es uns nicht. Ich weiß, dass Odiris ja schon nachhaltig tappen kann. Vielleicht sei Peter? Odiris-Bolzen. Hier, Odorys. Versuchen wir's mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du da hin, klar? Ja, Fabi, aus. Welche Kurbel? Was? Odiris lockt die Ratten an. Wo willst du hin? Ich schieße mal hier rein. Das hat jetzt wie gar nichts gebracht. Ähm. Oder soll es werfen? Bist du sicher, dass der Kühne etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja. Ich versuch was anderes. Ähm. Das ist, wenn wir's da hinlegen. Äh. Nein. Na, das hat uns nicht... Verstanden. Ähm. Was soll ich denn jetzt hier tun? Der Boden sieht komisch aus, sagst du. Was ist denn nicht da? Ich schaff's nicht zu dir. Ich weiß grad wirklich nicht... Okay, Leute. Ich muss noch mal ganz kurz was nachsehen. Gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Ähm. Ich war mit dem Ansatz gar nicht mal so schlecht. Also wir müssen das tatsächlich hier hinwerfen. Und er sollte dann loslaufen. Na, jetzt mach das. Es klappt! Ja, weiß nicht was das war, aber haben wir die Haupt gerettet? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, dann mach. Übernimm du das, Arno. Los. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie. Mal sehen! Äh, soll ich da ein Feuer hinmachen? Ähm. Wann er wieder aufhören? Los geht's! Ähm. Wie kriegen wir jetzt da die Ratten aber weg? Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ah, warte mal. Wir machen... Ah, ich hab ne Idee. Erstmal wieder hier hin. Kommst du dann runter? Nee, das hat jetzt nix gebracht. Hä? Ich muss ihn einmal... Ja, ich schau jetzt mal ganz kurz nach. Das war's aber jetzt richtig. Okay. Ähm. Ähm. Feige nie verboldet Arnouts Shield. Das sollte ich auch nochmal machen. Hm. Hier unten. Oder müssen wir noch da unten gehen? Komm, Ratten. Lass mich mal in Ruhe. Ähm. Schnell. Hoch. Klar. Hm. Musst du das nochmal heraufmachen? Du bist dran, Anno. Ein Versammel. Boah, da müssen wir die alle irgendwie da hinten reinlocken. Okay, ich mach das jetzt... Erf das nochmal hier hin. Arnysia, du könntest mit der Armust auf die Planke schießen. Ja, hab ich da. Vielleicht mit dem Odoris. Hey, lass gut sein. Los. Aber warum soll ich mit dem Odoris da raufschießen? Ich hab keine so fleißen mehr. Ähm. Shit. Komme ich jetzt wieder an das Odoris ran? Plötzlich, ich glaube, ich muss hier... Damit eh... Ja, ich glaube, ich muss hier nochmal ganz kurz durchstarten. Äh, wir sagen, hier mal Abschnitt neu starten. Und... Dann würde ich sagen... Schneide ich mal ganz kurz zu dem Punkt... Oder sind wir gerade hier oben? Oh. Aber jetzt hab ich ja gar keine Zutaten mehr. Das ist jetzt auch nicht gerade von Vorteil. Ah, doch. Cool. Äh, ja, dann mach das mal... Ich überlasse es dir. ...wieder nach oben. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie. Mal sehen. Ja, das sollte halten. Jetzt. Ist nur Blut. Ist nur Blut. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja. Genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten. Habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheißer... ...lassen mich wie einen grünen Schnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzseinige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein. Wir kommen hier raus. Wartet. Ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut. Von mir aus. Ah. Das habe ich gespürt. Gut. Sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg? Ja. Kursch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja. Jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle nochmal. Ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgemacht. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug reingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Ja, den Schild kann er dann wegschmeißen. Ich halte durch. Das kann ich. Sehr gut. Wir sind wieder draußen. Cool. Und runter hier, bitte. Ja, wie das das jetzt so lange gebrannt hat? Schaut er echt nur gut aus. Yay! Wieder eine Werkbank, die ich nicht nutzen kann. Gut, dann an die Arbeit. Und Werkzeuge. Ja. Ist nix. Gehen wir weiter. Und da seid ich. Komm ja nicht ganz gut klar. Ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteig ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia. Der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Oh, ich seh grad was. Na los, noch einmal aufraffen. Ne, zuerst gehen wir nach da oben. Und hepp. Wenn das nicht sogar eh der richtige Weg ist. Hey, hier ist was. Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es... Die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Uh, Erinnerung für uns. Sehr gut. So, ähm... Ratten. Da könnte man ja dann Teer hier reinschmeißen. Dann müsste das hier ein bisschen größer werden. Okay. Sehr gut. Äh, wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt haben. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit. Eine heilige. Ach ja? Eine heilige? Oh nein. Oh nein. Rollen wir uns natürlich je wieder die Sachen. Fünf Stücke. Jetzt kriegt man halt alles, überhaupt gar nichts. Ja, fein. Krieg ich nämlich immer mit. Und... Hab wieder nichts Feuermäßiges. Ja, mit der Schmuggler. Sehr gut. Kann ich da... Nee, kann da den Rennen da auch. So. Aber jetzt hier mit dem Teil. Hallo, liebe Ratten. Oh, das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Psst. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh nicht um. Das ist ein verdammter Irrgabe. Hör mal. Wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf in Ord. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Nein. Ich schau zu. Wer ist denn da hinten? Ähm... Sollen wir da noch da oben gehen? Wo lauft der jetzt hin? Oh, wir werden jetzt, glaube ich, mal Extinguers machen. Hä? Warum geht das nicht? Ja, mit der Schleuder. Wo die hier ist, Schleuder. Das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Ah, nein, Moment mal. Das war ja... Warte mal. Äh, Extinguers. Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, herstellen. Und einmal mit dem Messer. Gut, dass ich es noch hatte. Das war jetzt aber nicht wie geplant. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal nach da oben. Und nix mehr über. Ah, das sieht krass aus. Und zwar, die Ratten ist schon ein Problem genug hier. Komm, haut's doch ab. Ah, da haben wir ein Collision hier drüben. Ähm... Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt. Da unten, die Fackeln, beim Facken, woher ist es? Gut. Ich hoffe, es auf ihr ist durch. Was? Warum sollte sie weg sein? Nice. Nein, nein, sie muss hier sein. Ähm... Wie machen wir dann da jetzt weiter? Also hier brauchen wir vermutlich wieder den Feuerpfeil. Alles gut. Ähm... Ach, come on. Ähm... Extingus... Rot... Hier, das könnte ich eigentlich machen. Hä? Ich komme nicht zurück. Ich habe lang gewartet. Okay, ähm... Hat's da unten... Ah, das blendet so blöd. Wir machen das noch mehr, dann gehen wir da runter. Hier geht's runter. Oh, schnell, 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 schnell. Und wenn sie ein Drache ist... Ach, wird schon alles gut. Hier entlang? Ja. Ja. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Hä? Boah, ich will sich übersehen, wie er da durchkommt. Das Versteck ist leicht da hinten. Nein. Nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen Meerwasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich alle an Angst. Ihr habt recht. Ich tag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Also manchmal ist er ja schon anstrengend, der Kleine. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum er mich den Wallen nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auf. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja. Danke, Anu. Ja. Danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Ich weiß, du führst gern. Aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ja. 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 Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aßfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Ugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester? Muss doch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stellt keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann, komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönne mir eine Pause. Was soll's. Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens. Des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf. Dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja. Geht wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besorfen. So wie immer. Ich weiß noch nicht, was ich von ihr halten soll. Aber ich glaube, das gibt dann wieder Ärger. Ich muss aber ganz kurz nachschauen, wie lange ich eigentlich schon aufnehme. Ich habe es vergessen. Ah ja. Es ist soweit. Oh, 7.30 Minuten. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Mal schauen, ob wir dann vielleicht langsam mal in den See stechen. Wird spannend. Also, bis denn dahin. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.